Schau dich an! Eine, eine erbarmliche Kreatur! Sie sind Knarren! Die kreisenden Schützen durch meine Korridoren! Ich schluchte eine Perfekte, unstaatliche Maschine herausfordern! Das ist ein privates Fest! Entschuldigung! Ähm, das wussten wir nicht. Jetzt wisst ihr es! Alles klar? Also wie wär's, wenn ihr euch einfach wieder verpisst, bevor jemand von uns richtig sauer wird und... ...und du mit meinem Stiefel in deinem Arsch endet? Ja! Aaaaaaahhhh! Aaaaaahhh! Aaaaah! Aaaaaahh! Aaaaaah! Ich bin der Wettbewerb. Vielen Dank.